Moin moin, ich bin's, euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade in Schneeverdingen und hier in der Nähe werde ich mich mit Natururin, It's Niko und Marvcon TV treffen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich verlasse jetzt Schneeverdingen und begebe mich jetzt in Richtung Heidschnuckenweg. Und dort werde ich dann irgendwo auf Natururin, It's Niko und Marvcon TV warten. Also über diesen komischen Weg laufe ich hier entlang. Also der ist alles andere als schön zu laufen. Und jetzt bei diesem Regenwetter erst recht nicht. So, ich bin jetzt ein Stück entlang der Landstraße hier gelaufen. Und erst jetzt sehe ich, dass ich nicht hier über diesen unbefestigten Weg hätte laufen brauchen, sondern auf der anderen Seite wäre ein Fußweg gewesen. Ich glaube, ich gehe da mal lieber rüber und laufe den Weg lieber über Asphalt. So, der Weg ist deutlich besser. So, ich bin jetzt hier beim Schäferhof gelandet. Und hier in der Nähe geht auch der Heidschnuckenweg entlang. Und zwar muss ich hier die Straße rüber. So, ich habe jetzt die Straße überquert. Und jetzt muss ich wahrscheinlich in die Richtung, glaube ich. Ich laufe einfach mal hin. So, ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo ich denke, dass die hier noch durchkommen. Also, wenn ich mich nicht ehre, müssten die aus dieser Richtung kommen. Und der Heidschnuckenweg sollte eigentlich in diese Richtung dann weiter verlaufen. Aber so sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich werde hier einfach mal abwarten. So, ich begebe mich mal wieder in Richtung Schneeverdingen. Denn Natururin, It's Niko und Mavcon TV sind doch vom Heidschnuckenweg abgewichen. Und die sind jetzt am Bahnhof in Schneeverdingen. Das heißt, den ganzen Weg, den ich jetzt hergelaufen bin, den muss ich zurücklaufen. So, ich bin jetzt wieder dort angekommen, wo ich vorhin ausgestiegen bin. Und zwar am Bahnhof von Schneeverdingen. Und hier in der Nähe befinden sich Natururin, It's Niko und Mavcon TV. So, ich habe It's Niko gefunden. Der hält gerade meinen Regenschirm. Und ich habe Mavcon TV gefunden. Moin. Und die beiden warten jetzt auf Natururin. So, ich bin hier am Bahnhof in Schneeverdingen mit It's Niko, Natururin und Mavcon TV. Und jetzt schilmen wir hier noch ein bisschen und warten, bis mein Ersatzbus kommt. Normalerweise wäre um 23.18 Uhr ein Zug gekommen, aber der fällt mal wieder aus. Und deswegen muss ich hier auf den Busnotverkehr warten. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Irgendwas Röpsmäßiges oder so? Nein. Der klang gut. Ah, von mir. Ich schaff das noch nicht. Warte, ich bin jetzt mit der Schild. So, ich bin jetzt seit mittlerweile 15 Stunden zu Hause. Natururin und It's Niko haben mir jeweils eine Powerbank mitgegeben. Diese ist von Natururin, diese von It's Niko. Und diese beiden Powerbanks werde ich bei mir zu Hause aufladen. Und wenn Natururin und It's Niko in Soltau angekommen sind, dann bekommen die beiden ihre Powerbanks wieder zurück. Natürlich in voll aufgeladenem Zustand. So, das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020